Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu den Bergbaunachrichten auf RohstoffTV. Die USA verbanden russisches Uran in ihren Importen. Damit dürfte man sich voll auf die USA und Kanada konzentrieren. Vor allem Uranium Energy Corporation wird davon massiv profitieren, da das Unternehmen bereits ab August diesen Jahres die Uranproduktion in den USA wieder aufnehmen wird. Die amerikanischen Atomkraftwerke werden das produzierte UEC-Uran sehnsüchtig erwarten. Das nächste Kursziel für UEC liegt bei 9,5 US-Dollar bis 10 und danach bei rund 18 US-Dollar. Wichtig ist aber auch die Uran-Exploration, wie zum Beispiel bei ISO Energy und die natürlich das auf ihren Projekten vorantreibt. Gerade konnte man eine Kooperationsvereinbarung mit den Yatinelli Lens und Resource Offices, den YNLR, bekannt geben. Die YNLR arbeitet im Auftrag der Adabasca, Denise Linné, First Nations, Hatchet Lake First Nation, Black Lake First Nation und Fontilak First Nation, zusammen die Adabasca First Nations und der Adabasca-Gemeinden Stony Rapids, Wollaston Lake, Uranium City und Kamsil Portage, zusammen die Adabasca-Gemeinden. Die Kooperationsvereinbarung ist für die Parteien von zentraler Bedeutung, um die Zusammenarbeit und den gegenseitigen Nutzen zu verbessern und so den Wohlstand sowohl in nächster Zeit als auch in absehbarer Zukunft zu fördern. ISO Energy engagiert sich seit Langem für die Zusammenarbeit mit den Adabasca First Nations und den Gemeinden, um die Exploration und Erschließung in der Region voranzutreiben. Die Kooperationsvereinbarung umreißt einen strukturierten Rahmen für die Zusammenarbeit, der einen konsistenten Informationsaustausch einer Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Genehmigungsverfahren, Umweltschutz und Überwachungsprotokolle ermöglicht, um sicherzustellen, dass die Adabasca-Gemeinden, die Arbeiten in Nuhendewe, dem traditionellen Territorium der Adabasca-Denisseliné-First Nations, eingebunden sind und diese unterstützen. Das unterstreicht auch die gerechte Verteilung der Gewinne zur Unterstützung von Initiativen zur Entwicklung der Gemeinden und zur Verbesserung der gesamten sozioökonomischen Landschaft. Die Vorstandsvorsitzende YLNR, Mary Denesches, erklärte, Ich bin stolz, Sie unterzeichnen, diese Vereinbarung mit ISO Energy bekannt geben zu können. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Gemeinden und künftigen Generationen. Gemeinsam legen wir den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung in Nunehene und stellen sicher, dass unsere Bevölkerung während des gesamten Prozesses einbezogen und gestärkt wird. Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese Partnerschaft der Gemeinden haben wird. Tim Gabroach, Präsident von ISO Energy, erklärte, Seit der Gründung des Unternehmens hat ISO Energy eine kooperative Beziehung zu den Gemeinden aufgebaut, in denen wir tätig sind. Dies spiegelt sich in dem Vertrauen, der Zuversicht und dem Respekt und den positiven Ergebnissen wider, die in alle Aspekte unserer Exploration und Ressourcenentwicklung einfließen. Die heutige Vereinbarung formalisiert diese Beziehung und demonstriert ISO Energies anheilendes Engagement für die erfolgreiche Durchführung unserer Aktivitäten, sagte Tim Gabroach von ISO Energy. Und genau so soll es sein. Es geht nur miteinander, nicht gegeneinander. Erfolgreicher Bergbau ist immer mit den Menschen vor Ort und niemals gegen sie. Der Linienchart sieht toll aus, da der 20-Tage- und der 50-Tage-Durchschnitt nach oben drehen und die 200-Tage-Linie auch stetig nach oben strebt. Der Polifiker-Chart zeigt einen Boden bei späßens dreieinhalbkanalischen Dollar, der halten wird. Und wir denken, dass es im Lichte der guten Nachrichten zu einer aufwärtsgerichteten Umkehrformation kommt, die bis fünfkanalische Dollar locker laufen kann. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch, sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like. Und viel wichtiger, abonnieren Sie einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachten Sie in den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind Teil des SRC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär der Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.